Schatz, ich bin zu Hause! Heilige Scheiße! Was für ein beschissener Scheißtag! Faaaaaaaaalck! So eine gottverdammte Scheiße! Dieser Verfickte! Du verdammter Hurensohn! Yoshi... Jetzt zieh dich nur an! Du verfressene Stück Scheiße! Warum musst du immer jeden Scheiß fressen, den du siehst? Jetzt muss ich die verkackte Prinzessin alleine retten! Mario, du musst uns helfen! Ich weiß, ich weiß! Die gottverdammte Prinzessin entführt! Und ihr verfickten Idioten seid so blöd, sie zu retten! Du musst nicht so gemein werden. Lutsch meinen Schwanz! Du verdammter fetter Bastard! Ich hoffe, du kriegst so einen fetten Herzinfarkt, dass es deine ganze abgefuckte Familie umbringt! Oh, jetzt musst du anfangen, hier hinzuscheißen! Warum solltest du auch aufstehen? Fick dich! Scheißen wir doch einfach in Marios Vorgarten! Ist dir scheißegal! Weißt du was? Das könnte sogar Vorteile haben! Wenn ich diese blöde Schlampe nach Hause bringe, dann weiß ich ja, wo ich sie hinstecken kann! Hey Mario! Bowser hat die Prinzessin entführt! Ich weiß, du wickst Container! Huh? Ich weiß, du wickstọnklasse! In Wackel haben